Ich bin bei Aloheim Einrichtungsleitung und das seit Februar dieses Jahres. Ich habe natürlich auch gehört, wie alle in den Medien über Wallraff, das war so ein Punkt, wo ich so gedacht habe, ob das richtig ist, Aloheim. Aber ich habe auch die Zeit begleitet, habe dann natürlich auch festgestellt, dass sich ein Wandel bei Aloheim getan hat. Und deswegen war mir die Entscheidung auch wirklich leicht, dann bei Aloheim anzufangen. Und ich bereue die Entscheidung absolut überhaupt nicht. Ich hatte eine Einarbeitungsphase von vier Wochen in einer anderen Einrichtung bei einer sehr netten Kollegin in Wuppertal. Und ich konnte in alle Themen wirklich reingucken. Ich konnte durch alle Abteilungen durch. Das hat wirklich in den vier Wochen ganz viel, ganz viel Spaß auch mit den Kollegen, Kolleginnen gemacht. Also es ist sehr strukturiert. Man bekommt überall Hilfe her. Man hat seine Ansprechpartner, man weiß, wie man fragen kann. Von der Geschäftsführung her ist es sehr, sehr schön. Auch da hat man seinen Kontakt, was man in anderen Unternehmen eben nicht hat. Und deswegen macht es mir hier besonders Spaß zu arbeiten. auch da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020